Moin Leute, ich bin's wieder, euer Akinon und es ist wieder soweit, ein neues Video ist am Start und wie ihr es vielleicht schon an der super tollen Hintergrundmusik und auch am offenen Fenster hier seht, es weihnachtet sehr in der Welt von World of Warcraft und das heißt, Winterhauch ist wieder am Start, also man kann jetzt wieder die Winter Achievements machen und das habe ich mir vorgenommen. Ja, so, mit diesem Charakter habe ich sie noch nie gemacht und heute für das erste Video habe ich mir rausgesucht, der Winterhauchgummi, da kann man bei dieser Person hier die Rezepte für kaufen, ich habe sie jetzt schon gekauft, einmal Eierflip, Lebkuchen und Apfelwein, ich habe sie schon erlernt und was man hier ebenfalls bei dem Händler kaufen kann, ist Festtagsgeister, braucht man auch mindestens ein, Festtagsgewürze brauchen wir ebenfalls und eben die Vegan sagt die Rezepte. So, bei dieser Frau können wir den prickelnden Apfelwein kaufen, den brauchen wir auch für eines der Rezepte und dann fehlt auch noch was aus dem Auktionshaus und zwar genau dieses kleine Ei hier, kurz gucken, gibt es das billiger, ne sieht nicht so aus, dann 8 Gold, das ist es mir allemal wert für Achievements, so. So, gucken wir nochmal kurz nach. Speise und Trank haben wir hier, heißer Apfelwein kann ich jetzt herstellen, sehr schön. Dann, Eierflip war hier, da fehlt mir noch eiskalte Milch, die werde ich auch gleich holen und Lebkuchen kann ich ebenfalls herstellen. So, eiskalte Milch wird von jedem Staat, ja, gemischt waren, wenn du verkaufst, wie ihr hier sehen könnt, für ein Apfel und ein Ei und jetzt sind wir in der Lage, diese Gegenstände herzustellen. Dann machen wir das mal, Material vorhanden, fangen wir mit dem Eierflip an. So, achso, natürlich, ich vergaß, man kann ja nur kochen mit Kochstelle. Los geht's. So, dann was hatten wir noch, einen heißen Apfelwein und einen Lebkuchen. Mmh, Lebkuchen. Freue ich mich schon drauf. Seid ihr denn auch schon so in Winterstimmung, Weihnachtsstimmung? Also ich bin ja jetzt, dadurch, dass es bei mir gerade im Studium entspannter ist, wirklich froh und kann mich richtig schon drauf einlassen. Aber jetzt, ich quassere nicht weiter rum. Jetzt einmal Lebkuchen, bitte. Bäm. Der Winterhauchgourmet. So einfach geht's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Achievement. Bis dann. Ciao. Euer Akino. Und frohe Weihnachten. Ich füger dich. Ich füge dich. Ich füge dich. Du bist der Mutter. Ich füge dich.